Spektakuläre Begegnung in Kanada. Ein riesiger Oktopus klammert sich an diese Krabbenfalle. Fischer ziehen ihn mit an die Wasseroberfläche und reagieren überrascht. Das Video geht bei TikTok viral, wird innerhalb weniger Tage mehr als 40 Millionen Mal angesehen. Gepostet hat es die Fotografin Brooke aus Vancouver. Auf die vielfache Frage, was denn nun mit dem Oktopus passiert sei, betont sie mehrfach, er habe kurz darauf losgelassen und sei wieder weggeschwommen. Ob der sehr intelligente Oktopus die Krabben vor den Menschen retten oder selbst fressen wollte, darüber gehen die Meinungen in den Kommentaren auseinander. Oh mein Gott! Oh mein Gott!